Professor? Professor? He, ho, he, he, wo sind Sie, Professor? He, ho, he, wohin soll ich hin? Sicher hat er sich wieder irgendwo hingesetzt, um eine Beobachtung in sein Notizbuch zu schreiben. Wenn sich Professor Bronzi seine Notizen macht, dann ist die Welt für ihn gestorben. Wenn bloß er nicht gestorben ist. He, ho, he, nur ein Zeichen, Professor. He, ho, he, ich kann Sie nicht sehen, Professor! Ich muss ihn finden, sonst er frierte. Was für ein trauriges Ende das wäre für einen Mann wie ihn. In der Zeitung wird stehen, Wissenschaftler in Transsilvanien umgekommen. Und niemand wird von mir reden. Niemand wird Alfred vermissen. He, ho, he, hören Sie, ich bin's, Professor. Ihr Patenter und Dezenter, Resistenter, Assistent. Professor! Professor! Oh, oh, oh.